Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer gemeinsamen MeTime. Heute geht es um die Auslosung der Rizillin Haarkur. Und wenn du gerne wissen möchtest, wer gewonnen hat, dann schnapp den Kaffee und Keks wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro... Ich sage nochmal recht vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Die Beteiligung oder diejenigen, die mitgemacht haben, waren einige. Ich habe mich wirklich richtig riesig darüber gefreut. Und ich nutze, wie gesagt, die Haarkur auch im Moment immer noch. Und ich finde das richtig gut. Ich habe ja meine Haare ein bisschen schneiden lassen und verwende die jetzt wirklich richtig oft, die Haarkur. Eigentlich fast bei jeder Haarwäsche oder vor jeder Haarwäsche. Und ich bin mega begeistert. Und diejenigen, also zwei von euch, konnten ja mehr oder weniger die Rizillin Haarkur gewinnen. Und mich würde halt auch mal interessieren, wie ihr damit zurechtkommt. Es wird nicht mit einer Flasche wahrscheinlich reichen. Wahrscheinlich brauchen wir noch eine zweite oder eine dritte. Aber ich persönlich muss sagen, meine Haarspitzen sind nicht mehr ganz so trocken. Meine Haare haben nach dem Waschen immer so ein schönes, weiches, wohliges Gefühl. Und ich habe nicht mehr so trockene Kopfhaut. Ich habe natürlich eine sehr fettige Kopfhaut im Normalfall. Und oftmals ist es durch das Shampoo, dass man da auch so eine trockene Kopfhaut bekommt. Habe ich alles nicht mehr. Bin zufrieden. Und mehr braucht es nicht. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal mein Pet und dann losen wir gemeinsam aus. Weil ich weiß nämlich auch noch nicht. So, dann tun wir mal das Video verlinken. Es konnten zwei gewinnen. Da nehmen wir mal zwei rein. Hashtag war Rizillin. Rizillin. Und dann starten wir mal. Und ich bin schon richtig gespannt, wer gewinnt. Und ihr werdet das auch gleich sehen. Ist er schon fertig. Und zwar die EA und die Petra Jung haben gewonnen. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Und bedanke mich nochmal. Also zweimal hält ja besser. Oder Topett hält ja besser. Bedanke mich nochmal für alle, die mitgemacht haben. Es läuft momentan noch von Bio-Wohlen eine Verlosung. Und es kommen jetzt demnächst wieder vermehrt Verlosungen. Und hauptsächlich auch im Juli. Ihr wisst, meine Abonnenten wissen das. Da ist ein besonderer Monat für mich. Und deswegen gibt es da mehr Verlosungen. Ihr zwei, die gewonnen haben oder habt, ich verlinke euch nochmal in dem Video. Und ihr schreibt mir bitte auf Instagram oder auf E-Mail eure Adressen. Die Adressen gehen direkt an Bio-Wohlen bzw. Rizillin. An die Firma E-Watts GmbH. Und diese schicken euch dann direkt, wie gesagt, die zwei Flaschen. Jeweils eine. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, gebt mir bitte Bescheid. Aber das sollte normalerweise gut funktionieren. Und ja, ich sage nochmal von Herzen, alles Liebe, herzlichen Glückwunsch. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Zu einer nächsten Me-Time. Bis daheim, let's gesund. Alles Gute. Tschüss. Bis daheim, ring. Musik. Musik. Musik.